Und da sind wir wieder zu Teil 27 der Söldner-Geschichten. Der Link zu Teil 1, wie immer, hier oben, falls ihr den noch nicht gesehen habt und hier mittendrin einsteigt. Wir sind gerade mittendrin in der Ausbildung bei DeinCore im Irak fürs Personenschutz-Team. Und da machen wir jetzt heute weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Viel Spaß! Heute unterhalten wir uns über das medizinische Training und die Abschlussübung. Von diesem Personenschutz-Lehrgang, der eben auf den Department of State-Voraussetzungen aufgebaut war. Und dieser ganze Kurs, der wurde ursprünglich von Crucible unterrichtet. Und Crucible ist auch eine Trainingsfirma, die eben gerade solche Lehrgänge gibt unter anderem. Und ich weiß jetzt nicht, ob unser Kurs tatsächlich noch von Crucible durchgeführt wurde. Also ihr habt ja den einen gesehen, von dem ich gesagt habe, das ist unser Chef-Ausbilder gewesen. Der hat für DeinCore gearbeitet. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt von Crucible war und für DeinCore praktisch als Externer gearbeitet hat und die Ausbildung einfach eben geleitet hat. Oder ob er einer war von DeinCore selber, der sich die ersten Jahre die Crucible-Ausbildung praktisch immer angeschaut hat und dann irgendwann gesagt hat, Pass auf, das können wir selber machen. Sowas gibt es ja. Und dann einfach praktisch das Format übernommen hat, weil er es oft genug gesehen hat, ist auch kein Hexenwerk. Wenn du das Material kennst, dann brauchst du eigentlich nur noch die Inhaltsangabe mal mitschreiben und dann hast du deinen Kurs. Das sind ja da unten alles Profis. Ist ja nicht so, als ob da irgendjemand, der keine Ahnung hat, einfach diesen Kurs dann versucht nachzumachen. Sondern das ist einfach nur, die behalten den gleichen Aufbau dann mehr oder weniger bei und ziehen das Ding halt selber durch, weil es billiger ist. Also da weiß ich jetzt eben, wie gesagt, nicht, wie das war. Ja, ich habe da diverses Material zu, was ich mir da mitgeholt habe damals. Ich zeige das nicht in voller Länge, aber ich zeige mal das ein oder andere Foto davon. Und zwar hatten wir eben zum Beispiel hier Teil einer PowerPoint-Präsentation, war eben hier Medical Aspects of PSD Operations. Und da gibt es eben verschiedene Dinge, die du beachten musst. Also zum Beispiel hier über Content, Mechanisms of Injury and the types of injuries you can expect to see, should you have a very bad day in Baghdad. Patient Assessment, also Triage, CEPR und C-Spine Control, Medivac. Also solche Geschichten, das war im Prinzip kein Anfänger-Medic-Kurs, sondern das war 16 Stunden Refresher. Den haben wir im Prinzip, der ist in 8, 2-Stunden-Modulen aufgebaut gewesen. Und du konntest die praktisch entweder am Stück machen oder halt separat, je nachdem wann du Trainingszeit hattest. Du konntest also 8 Tage lang, jeden Tag ein, 2-Stunden-Modul Medic machen. Oder du haust halt komplett kompresst rein, jeden Tag 4 Module, insgesamt 8 Stunden oder halt irgendeine Kombination daraus. Die ist dir halt in den Rest deines Trainingsplans und deiner Ressourcen reinpasst. Ja, was gab's da zum Beispiel? Hier sowas, Mechanisms of Injury, ja. Und wir haben uns eben hauptsächlich mit Explosionen, Autounfällen und Schussverletzungen beschäftigt, ja. Bei Explosionen, die üblichen Sachen sind halt die VBID gewesen, EFP, also Explosively Formed Projectile oder Penetrator, RPG, also Rocket Propelled Grenade, Raketenwerfer oder Panzerfaust. Und die IED, also Improvised Explosive Device oder auf Deutsch, ich würde jetzt improvisiertes Sprengmittel sagen, ja. Aber auf Deutsch gibt's wieder so ein typisch deutsches Wort, was ich mir noch nicht merken konnte. Irgendwas mit Brand und Spreng, irgendwas Gedöns, ja. Einer von euch weiß es sicher, ja, wie immer. Schreibt's doch bitte unten rein in die Kommentare, damit die anderen auch schlau werden, weil ich hab's mir nicht gemerkt. Ähm, für mich heißt's IED. Ja, so, was ist da noch so alles? Ah, ja, das Bild zeig ich euch mal auch noch. Hm, 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 das da, ja. Das ist meines Erachtens nach das Foto im Hintergrund, darum geht's mir, ja. Das Foto im Hintergrund müsste sein, eine Autobombe, die vor dem Hotel hochgegangen ist, in dem Deincourt damals am Anfang, bevor sie im Camp gewohnt haben, gewohnt haben. Also die waren tatsächlich in der Stadt, in der Red Zone untergebracht, in einem Hotel. Und die haben da einige Leute verloren, ähm, weil die, ich glaub, zweimal dort angesprengt worden sind. Und einmal hat's tatsächlich, glaub ich, zwei oder drei Fahrzeuge erwischt, wo Leute drin waren. Und da sind auch einige nicht rausgekommen. Ähm, und das andere Mal, also da war so ein großes Ding, da haben die, das war Lastwagengröße, die Autobombe, ne. Da hat's, äh, von dem Hotel halt auch alle Fenster rausgehauen und so, ne. Und da unten, ihr seht ja, wie die Autos aussehen, die da, die hier rechts stehen, ne. Ja, da steht nix mehr. Das ist alles, alles im Arsch, Riesenkrater hier in der Mitte und so. Also mit solchen Sachen muss man da unten halt rechnen, ne. Und dementsprechend muss da ein medizinisches Training halt, ähm, aufgebaut sein. Deswegen unter anderem halt auch mit, was es vielleicht den einen oder anderen wundert, dass da Triage drin unterrichtet worden ist, ne. Ja, weil normalerweise heißt's ja immer, ja, Triage geht nur, ähm, das machst du als, 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 als Anfänger machst du sowas gar nicht, ja. Ähm, ähm, das macht jemand, der wirklich Ahnung hat, ja. Ja, weil Triage ist nicht so leicht, da kann man schon mal das eine oder andere übersehen. Und, ähm, man trifft da halt auch Entscheidungen über Leben und Tod manchmal, ja. Ja, nicht, nicht, dass man jetzt sagt, oh, der ist, ähm, also das Problem ist nicht, wenn du zu einem sagst, ah, der ist zu schwer verletzt, den lasse ich jetzt sterben und ich kümmere mich lieber um jemand anderen, äh, weil der ja nicht zu retten ist. Und du beurteilst das falsch und er wäre vielleicht noch zu retten gewesen, ne, so, und ist es jetzt halt nicht mehr, ne. Ja, das ist jetzt nicht so, das, das Problem. Das Problem ist meistens, dass die Leute sich eben auf Sachen konzentrieren, die schlimm aussehen, aber nicht lebensbedrohlich sind, also nicht sofort lebensbedrohlich sind, während ein oder zwei andere dann, die irgendwo eben nicht so dramatisch aussehen und auch nicht so rumschreien, ja, weil sie vielleicht keine Energie oder keine Luft mehr haben zum rumschreien, ähm, die werden dann halt nicht beachtet, obwohl das die kritischen Verletzten sind, die man relativ einfach aber hätte retten können, mit eigenen Mitteln tatsächlich, ja. Ja, und, ähm, die man dann halt nicht behandelt hat, weil man den Schreihals, der vielleicht nur einen Beinschuss hatte oder eine Kopfverletzung, die blutet, ja, oder eine Brandverletzung im Gesicht, wo man denkt, um Gottes Willen, ja, der sieht ja aus wie ein Zombie, da muss ich sofort was machen. Nicht in den Kopf schießen, ja, sondern ihm helfen, meine ich damit. Und, ähm, ja, deswegen, Triage ist schon eine wichtige Sache, ist aber nicht so einfach. Ähm, also in manchen Fällen ist es nicht so einfach. Manchmal ist es einfach. Wer sich noch beschweren kann, kann warten. Meistens. Ja, ähm, ja, das sind halt, ich zeige jetzt mal, da sind auch wirklich, also, echte Fotos drin, ja, ja, von echten Verletzten, und auf YouTube zeigt man sowas halt normal nicht, ne, es könnte wieder Ärger geben, und deswegen zeige ich das jetzt nicht. Ähm, aber zum Beispiel das hier zeige ich, ja. Das ist einer von Deincor gewesen, tatsächlich, ja. Äh, ich, möglicherweise sogar ein Klient, weil die von Deincor normal ja nicht solche Klamotten anhaben. Ähm, und hier, der hat wohl eine EFP abbekommen, ja, also so einen Explosively Formed Penetrator. Und normalerweise wird es da in dem Auto halt auch richtig heiß, ja. Deswegen fängt da auch alles an zu brennen normalerweise. Und, ähm, er hat es aber wohl ohne große körperlichen Schaden geschafft, ja. Ja, weiß der Geier warum. Ähm, kann sein, dass er in einem Gun Truck drin, ich weiß, ich weiß die Story nicht, ja. Ähm, aber das, das Interessante ist halt, die haben halt für die Präsentation tatsächlich reale Fälle benutzt, die Deincor passiert sind, ja. Ja, also du hast danach, ähm, danach hast du schon, ja, ich, ja, sogar ich auch, ja. Also ich hab danach auch mal kurz überlegt, so, alter, hier kann dir tatsächlich was passieren, ja. Ja, das war jetzt in dem Low-Profile-Team nicht so, weil sie dich da eigentlich nicht erkannt haben. Und deswegen war diese ganze IED-Geschichte jetzt, äh, bei Saber nicht so relevant, ne. Wir haben halt die ganze Zeit, jedes Mal, habt ihr ja gehört schon in den anderen Teilen, jedes Mal, wenn wir Ärger hatten, und das hätte auch jedes Mal tödlich ausgehen können, war es an Checkpoints, ja, weil wir uns dort nicht wehren konnten. So, mit Deincor kannst du dich jetzt wehren, ja, du hast Gun Trucks, da hängen die Waffen aus dem Fenster, ja. Und, ähm, da hält dich an einem Checkpoint keiner auf. Aber die sprengen dich halt unter Umständen dann danach weg irgendwo. Weil die sehen dich auf Entfernung, die erkennen dich, die können dich einfach identifizieren. Und, ja, so eine Sprengladung ist halt relativ schnell auch platziert, wenn man die richtigen hat. Beziehungsweise die erwischen dich halt, wenn du das nächste Mal durchfährst, ja. Ähm, und wenn du dann siehst, was Deincor halt tatsächlich schon passiert ist alles, klar, du kannst es dann wieder hochrechnen auf so und so viele Jahre sind die schon da, ja. Und so und so viele Missionen sind die schon gefahren und so. Und dann geht diese Wahrscheinlichkeit schon wieder runter, ne. Dann relativiert sich das alles wieder. Ja, aber wenn du halt mal eben auch die Geschichten hörst, wie die gestorben sind, also warum, was die Problematiken sind, ja. Ähm, dann, äh, machst du dir schon so deine Gedanken, ja. Also dann, dir ist auf jeden Fall klar danach, dass diese ganze IED-Geschichte extrem wichtig ist, ja. Weil das eigentlich das ist, was dir das Genick brechen kann. Also dein Chor war nie in einem Hinterhalt, wo sie beschossen worden sind, also nicht, dass ich wüsste, beziehungsweise nicht, dass uns das damals erklärt worden ist. Oder dass ich es noch in Erinnerung, dass es so wichtig schien, dass ich das noch in Erinnerung habe. Aber diese IED-Geschichten, die habe ich, das waren alles IEDs, die ich in Erinnerung habe, die sie uns gezeigt haben. Und, ähm, da gab es halt auch so Problematiken, wie, ähm, zum Beispiel, dass eben das Innere des Fahrzeugs Feuer fängt, ja. Auch bei einer normalen Explosion, beim Gun Truck zum Beispiel, sind ja die Fenster offen. Also da kann auch ein Feuerball hinten, wo der Reargunner sitzt, ist alles offen, ne. Wenn von hinten eine Explosion kommt, dann fegt die auch schön da in das Auto rein und da können dann auch Sachen brennen. Und, ähm, die hatten wohl teilweise das Problem, dass die Leute nicht aus den brennenden Fahrzeugen rausgekommen sind. Ja, entweder, weil die Türen verklemmt waren oder, oder, oder. Keine Ahnung warum. Also das habe ich mir nicht gemerkt. Ähm, aber dementsprechend sind eben auch teilweise SOPs angepasst worden, ne. Also es war schon so, dass man gemerkt hat, ähm, die, die lernen auch was draus, ja. Ja, also auch die Tatsache, dass eben dein Chor dann aus dem Hotel weg ist und in, in Victory, praktisch, oder in Slayer, hinter Slayer dann aufs, aufs amerikanische, ins amerikanisch umrandete Gebiet halt rein ist, ne. Vom Flughafen oder von Camp Victory oder wie auch immer das dann da abgeteilt und benannt worden ist. Ja. Genau. Also im Prinzip. Fotos, Fotos, Fotos. Ja, es sind ganz schön viele Fotos auf dieser Präsentation. Ähm. Ja, und dann hast du halt so, so eine Equipment, ähm, Erklärung auch gehabt, ne. Ja, klar, was man da also hat. Also wir hatten damals noch Quicklot. Also wir hatten Quicklot, ja. Ähm, bei Sabre hatten wir kein Quicklot. Ähm, Quicklot hat seine eigenen Probleme, ja. Ja, wenn du nicht auf dem Lehrgang warst, wo du Quicklot, oder Quicklot lernst, ja, viel Spaß dabei. Ja, und dann wird das wahrscheinlich, das ist ja noch das Alte, ne, ähm, das noch heiß wird. Für die, die es schon mal benutzt haben, die wissen, wovon ich rede, ja. Also das Zeug wird so heiß, da musst du echt was zwischen den Fingern und deinem, deinem Verband haben, dass du nicht die Pfoten verbrennst und wieder loslässt und die ganze Scheiße halt dir um die Ohren fliegt. Also, nicht um die Ohren fliegt, aber dass die Blutung wieder aufgeht und es halt nachblutet und dann, das Quicklot funktioniert nur einmal. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert und der Druck nicht lang genug drauf bleibt, dann funktioniert es halt nicht, ja. Dann musst du im Prinzip wieder von vorne anfangen. Und, äh, ja, ob dein Patient dafür so viel Zeit hat, ja, oder du so viel Zeit hast, wenn du irgendwo beschossen wirst, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, da, so schicke Sachen hatten wir natürlich auch hier, Sketch-Stretcher, ähm, hatten wir in der Limo, so wie es da steht, ja. Hier, ähm, hier Fire-Blankets hatten wir drin und so weiter, ja, lauter coole Sachen. So, und dann im Prinzip geht's in die praktische Anwendung, ja. Praktische Anwendung, da sind wir hier, der linke hier ist Aaron, das war ein ehemaliger Army-Medic, hat, äh, war Registered Nurse, also RN ist die Abkürzung, ja. Registered Nurse ist so viel wie Krankenschwester, ja. Oder Krankenpfleger. Oder Mr. Sister. Wir haben die Jungs immer Mr. Sister, äh, Mr. Sister hat er sich eigentlich immer genannt, weil er hat echt halt Humor gehabt, ne. Also Aaron war cool, super, hat auch voll was drauf gehabt und war aber im, im Medical, in der Medic-Abteilung, sag ich mal, ja. Also Deinkor hat eine eigene Krankenstation gehabt, auch auf dem Camp. Und da war, die war besetzt mit zwei RNs, also zwei Registered Nurses oder Paramedics. Ich glaube, das waren sogar zwei RNs, das waren zwei Registered Nurses, also zwei Krankenpfleger. Ähm, das darf man jetzt nicht, nicht unterschätzen, was, was du in der Krankenpflegerausbildung machst, also in der Amerika, oder in dieser Registered Nurse Ausbildung, ja. Das ist eine Drei-Jahres-Ausbildung, ähm, die können wirklich was, ja. Die sind halt nicht so Paramedic spezialisiert, sondern halt auch mit, mit Langzeitversorgung. Und so, ne. Und dann hatten wir einen Physicians Assistant, das war, wie hieß der? Och, Mann. Ja, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall ein ehemaliger 18 Delta. Äh, die 18 Deltas sind die Special Operations Medics, also Special Forces Medics, ja. Also Army, US Army Special Forces Medics, die haben den 18 Delta Lehrgang. Und die haben eben, ja, sehr, sehr breit aufgestellt vom Wissen her, ja. Die machen auch Tiermedizin teil mit. Und der hat eben danach dann, wie viele, die Weiterbildung zum Physicians Assistant gemacht. Und der Physicians Assistant ist im Prinzip, würde ich jetzt sagen, von der Qualifikation her, kannst du den Fass mit dem Heilpraktiker gleichsetzen, weil er auch Diagnosen stellen darf. Er darf auch Behandlungen, Behandlungsprotokolle erstellen, Behandlungen verschreiben praktisch, ja. Und er soll eben, oder auch in Absprache mit dem Arzt eben, ne. Also der Arzt sagt ihm, was gemacht werden muss und er macht das dann selbstständig alles, ne. Er kann aber auch für Fälle, die in seiner Kapazitätsstufe drin liegen, kann er eben auch selbstständig diese ganzen Sachen. Also wie ein Arzt arbeiten, ja. Wenn da einer mit dem gebrochenen Arm kommt, dann kann er zum Beispiel hingehen und kann sagen, alles klar, der Arm sieht aus, könnte gebrochen sein, wir lassen den mal röntgen, ja. So, da muss ich nicht den Arzt holen dafür. Ja, aber die Krankenschwester darf es nicht. Aber der Physicians Assistant, der darf es. Weil der ist ja der Assistent des Arztes. Und der darf auch dieses, theoretisch dürfte der, wenn ich nicht komplett falsch liege, ja. Also das ist jetzt alles immer nur so, wie ich das, wie ich das in Erinnerung habe. Der darf dann auch das Röntgenbild interpretieren. Und wenn er sagt, okay, ist gebrochen, dann machen wir eine Schiene ran, ja. Dann verschreibt er praktisch die Behandlung, indem er sagt, da machen wir jetzt eine Schiene ran. Dann könnt ihr auch sagen, ja, nee, brauchst du nicht oder nee, wir machen nur so eine Halbschiene ran oder wir machen komplett Gips oder wir machen den Gips bis hier zum Ellbogen hoch oder zur Schulter hoch, was auch immer. Das kann er entscheiden und dann kann er das auch machen. Und dann sagt er, so, alles klar, kommst du in vier Wochen wieder, was weiß ich, so, so und so, hier kriegst du noch die und die Tabletten. Dann kann es sein, dass er zum Beispiel, wenn es verschreibungspflichtige Medikamente sind, dass entweder er hat bestimmte Medikamente, die er verschreiben darf. Da hat ihm der Arzt das vorher praktisch, also der Arzt übernimmt dann die Verantwortung dafür und hat ihm praktisch aber eine Dienstanweisung geschrieben, in dem drin steht, für die und die Fälle darf er das und das verschreiben. Ja, und dann kann er das verschreiben, aber nur in der Menge und bei der und der Diagnose, die da drin steht. Weil für die Fälle übernimmt der Arzt die Verantwortung. Ist auch wieder so gemacht, dass der nicht jedes Mal zum Arzt rennen und den Arzt fragen muss. Weil wenn der Arzt halt irgendwo gerade in einer OP ist oder sonst irgendwo, ist es halt scheiße. Und damit das alles auch im Krankenhaus halt flüssiger läuft, gibt es halt diesen Physicians Assistant. Und der schmeißt halt dort praktisch die Krankenstation komplett alleine. Da gab es keinen Arzt, ja. Den nächsten Arzt gab es halt im Militärhospital. Da gab es zwar auch welche dann um die Ecke, ja. Aber eigentlich musstest du da fast zum Cash nach Bagdad rein. Und das wolltest du ja nicht unbedingt, ja, wenn es sich vermeiden lässt. Weil dann bist du halt wieder in Bagdad und musst erstmal durch die Green, also bis zur Green Zone kommen und so weiter. So, damit du nicht wegen jedem Scheißdreck halt ins Cash nach Bagdad fahren musst, hat dein Call eine eigene Krankenstation. Mit eigenen Betten, ja. Da kannst du auch, wenn es dir richtig dreckig geht, du überwacht werden musst, ja. Können die das auch machen. Also richtig cool. So, und Aaron ist halt einer von diesen Krankenpflegern, die da mit dem Doc zusammengearbeitet haben. Und man hat ihn halt Doc genannt, weil er effektiv den Job vom Arzt gemacht hat, ja. Ja, dann. Hier wir drei fröhlichen Wassertrinker, ne, sieht man da. Gehen wir nochmal hier auf das Bild. Schön mit Wasser und unserem ganzen Gerödel an, ja. Und ihr seht ja auch, ich habe hier ein vernünftiges Hemd an, ja. Also ein Funktionsshirt, Under Armour. Das Hemd habe ich, glaube ich, immer noch. Hatte ich ja auch schon mal an, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Ich trage die Dinger immer noch regelmäßig, ne. Also die sind wirklich super. Ähm, dann, ihr seht, Handschuhe habe ich an, ja. Weil du mit den Händen musst halt schon ein bisschen aufpassen. Hier, da seht ihr auch schon, Kratzer am Unterarm fett, ja. So ist es halt, wenn man mit dem T-Shirt rumläuft. Ähm, und auf Steinen trainiert, ja. Und deswegen halt eigentlich langes Hemd. Ja, dann die, die Handschuhe sind feuerfest gewesen. Also praktisch mit, mit so, wie Pilotenhandschuhen. Nur noch mit so ein bisschen, bisschen fester. Also ein bisschen Leder unten dran und so. Und über den Knöcheln hinten was. Und, ähm, dann hier vorne zwei Pistolenmagazine. Ich glaube, Taschenlampe ist hier drin. Ähm, ja. So. Hier zeigt er uns natürlich, hat er seine Kiste mit seinen ganzen Spielsachen da unten. Und, ähm, ja. Wir stehen daneben und schauen halt zu, wie er uns das Zeugs da erklärt. So. Hier seht ihr nochmal, für die, die es interessiert, die Handschuhe. Hier so Knöchelschutz, ja. Und die sind relativ lang, ne. Also die gehen bis zum halben Unterarm hoch. Weil die halt, ähm, du musst halt das Ende von deinem Hemd überdecken. Wenn du es feuerfest haben willst. Beziehungsweise nachher den, ähm, das Ende vom Overall. Ne, weil wenn du da halt zwei Zentimeter Luft hast, dann verbrennst du dir genau da halt die Haut. Ja, wenn mal was kommen sollte, was brennt. Ähm, genau. So, da sieht man mal wieder, wir haben, äh, ziemlich viel getrunken. Seht ihr auch hier, ne. Er hier, total nass. Bei mir sieht man es jetzt nicht groß, ja. Äh, bei Kurt hier sieht man es halt auch wieder, ne. Alles nass und so. Bei mir sieht man es auch oben an der Mütze, ne. Durchgeschwitzt und so. Also, ähm, ja. Es war da schon recht warm. Da kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen, was er da macht. Er zeigt uns halt Zeug, ne. Hier links muss ich sagen, okay. Dazu muss ich jetzt was sagen. Moment. Das mache ich jetzt mal größer. Okay. Beinholster. Oberschenkelholster, ja. Oberschenkelholster. Wenn da die, die Bänder hier so schräg nach unten hängen, ja. Da möchte ich am liebsten das Ding abmachen und dem Typen um die Ohren hauen. Bei, bei, bei ihm geht es hier einigermaßen. Bei ihm sieht man, dass es, ach, das bin ich. Jetzt wollte ich gerade sagen, bei ihm sieht man, dass es fest ist, ja. Ist ja auch gut so, weil das bin ich, ja. Also, die Dinger hängen für meinen Geschmack, was ich später herausgefunden habe, viel zu weit unten. Ja, das ist das erste Mal, dass ich ein Oberschenkelholster hatte. Ich fand es natürlich auch voll cool. Habe aber auch sofort gemerkt, okay, dieses scheiß Oberschenkelholster, wenn du das nicht brutal festziehst, dann ist deine Pistole, hängt nachher irgendwo. Aber nicht da, wo du erwartest, dass sie hängt, ja. Und, ähm, wenn du mal die Pistole dringend brauchst, dann ist es schon ratsam, dass die Waffe auch da ist, wo deine Hand hingeht. Ja, weil du kannst nicht gucken, wo sie ist und du willst auch nicht unten rumfühlen, bis du sie endlich gefunden hast, ne. Weil wenn du die Pistole brauchst, brauchst du sie ja, weil mit dem Gewehr aus irgendwelchem Grund nichts geht, ja. Und der Typ aber so nah dran ist, dass es, dass du keine Zeit hast, in Deckung zu gehen oder dann die Störung am Gewehr zu beheben, sondern dass du jetzt sofort mit der Pistole was machen musst. Und wenn du dann nach unten greifst und die ist nicht da, oder sie ist, irgendein anderer Teil ist da und du fummelst dann ein, zwei Sekunden rum, bis du dieses scheiß Ding raushast, ja, doof. Gut. Ist aber so ein bisschen die Offiziers-Trage-Methode, ne, freischwängeln am Bein unten. Hast du genug rumlaufen sehen, wo du gedacht hast, hey, häng dir das Ding doch einfach über die Schulter, ja. Sieht besser aus. Gut. Siehst du, selbst aus dem Bild noch was rausgeholt. So, Aaron zeigt uns jetzt anhand eines Freiwilligen, wie man eben mit diesen, ich meine, diesen israelischen Druckverbänden, nenne ich es jetzt mal, obwohl das jetzt hier ist, glaube ich, so ein anderer Hersteller. Also ist nicht die Israeli Bandage, aber hat auch eben hier so einen Knebel, an dem du den Verband nachher umlenken kannst. Ja, also dass du ihn nicht nur eben immer parallel wickeln musst, sondern dass du ihn über diesen Haken oder was auch da ist, einfach durchschlaufen kannst und dann kannst du praktisch mit dem Ding in jegliche andere Richtung weiterziehen, ja. und verlierst aber trotzdem nicht den Druck auf dem Verband, weil es ja immer noch so geschlauft ist und selbst wenn du jetzt hier in eine andere Richtung ziehst, zieht das über den Haken, das ist jetzt blöd in meinen Händen, zieht das über den Haken, dann ja immer noch dahin, also dagegen, wo dein Verband ursprünglich herkommt. Ja. Müsst ihr mal in dem Lehrgang sehen, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, deswegen macht man den Scheiß ja auch praktisch. Ja. Gut, also da wird jetzt hier, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, mal ordentlich verpackt, ja. Und zwar haben wir hier die wichtigen Sachen gemacht, die man sonst nicht so kennt und das ist eben Achsel und Hüftbeuge. Ja. Warum? Weil man bei allem, was tiefer ist, normalerweise erstmal ein Törnike heranklatscht, ja. Nur wenn es zu hoch ist fürs Törnike, muss man halt irgendwie eine Lösung haben. Deswegen hat er uns da halt nochmal gezeigt, wie man praktisch einen Druckverband an diesen Stellen machen kann, um wenigstens irgendwas, das ist natürlich nicht optimal, ist klar, ja. Dass man aber irgendwas hat, was man halt unter Umständen entweder schon wieder vergessen hat, weil man es nie übt oder was man auch noch nicht gehört hat. Weil es war ja nur ein Refresher-Kurs, ja. Also im Prinzip, alle, die da hingekommen sind, hatten eine Grundlage in medizinischer Notversorgung, ja. Also nicht den Erste-Hilfe-Kurs, den sie mal beim Führerschein gemacht haben, ja. Sondern entweder einen militärischen Lehrgang oder halt einen zivilen Lehrgang, der aber auf einem relativ, relativ guten Niveau war, was halt Trauma-Verletzungen und so weiter angeht, ne. Da lacht er noch und stützt sich selber ab, so schlimm kann die Verletzung nicht sein. Dann gucken wir mal weiter. Ja, also das war so ein bisschen die medizinische Schiene, ja. Hier habe ich nochmal einen anderen PowerPoint, da ging es auch drum, das war so ein bisschen das Intro dafür, was der Teamleader macht. Das ist auch eins von den Fahrzeugen, von Deincor, die es halt erwischt hat, ja. Sieht man auch, hat gut was abbekommen, ja. Sieht man auch, die Frontscheibe ist auch gesprungen, hier die Scheibe ist gesprungen. Ziemlich alles im Arsch. Dann haben wir am Ende eine Abschlussübung gemacht. Und die Abschlussübung lief, ja, also in dem medizinischen haben wir, also sie haben es kombiniert, ja. Wir haben bei dem medizinischen, bei diesen acht Modulen, die wir gemacht haben, sind drei Module tatsächlich praktische, also mindestens drei Module sind, die letzten drei, sind praktische Übungen gewesen. Und zwar einmal hier VIP-Limousine down, einmal Gun Truck down und einmal Scout Vehicle down. Und jeweils, die medizinische Versorgung ist natürlich immer gleich, aber die taktische ist anders, die taktische Lage. Und die taktische Lage diktiert, wie du vorgehst. Das heißt im Prinzip, wenn das VIP-Fahrzeug down ist, dann ist dein Teammedic halt auch down, ja, weil der sitzt da drin. Und so ist das dann auch gemacht worden. Der Teammedic war einer der Verletzten und der Rest der Mannschaft musste halt klarkommen. Genauso, wenn jetzt zum Beispiel das Scout Vehicle down ist, das Scout Vehicle ist ungepanzert. Da hast du andere Verletzungsmuster normalerweise, beziehungsweise schwerere, oder potenziell schwerere und andere, ja. Und du hast halt auch nur, in Anführungsstrichen, Locals drin sitzen, ja. Ja, also es ist immer ein bisschen Unterschied, praktisch gesehen möglicherweise kein Unterschied. Ja. Also pass auf, worauf ich raus will, ist folgendes. Theoretisch ist der Unterschied von der Wichtigkeit der Behandlung der Personen, egal ob Behandlung oder Extraktion oder Schutz oder wie man auch immer man es nennen will, der VIP kommt als Erster. Ja, manche Leute denken auf Kosten von allen anderen. Das sind die, für die dann keiner arbeiten will. Dann die Operator und dann die Locals, wenn ich es mal so aufstufe, ja. Aber, ich sag mal so, normalerweise werden alle gleich behandelt. Und wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen würde, würde ich sogar sagen, dass die Operator zuerst kommen, ja. Einfach, weil das deine Kameraden sind, ja. Und ja, du hast natürlich einen Auftrag und dein Auftrag ist, den VIP zu beschützen. Jetzt nicht falsch verstehen, natürlich beschützt du den, ja. Der Auftrag wird ausgeführt. Aber, der Auftrag wird nicht so ausgeführt, dass du alle Ressourcen nur noch auf diese eine Person konzentrierst und alle anderen so nach dem Motto, nach mir die Sintflut behandelst. Ja, so nach dem Motto, ja, wer von unserem Team dabei drauf geht, ist egal. Hauptsache, der Klient wird gerettet, ja. Und so läuft das nicht. Sondern das läuft so, dass man normalerweise die Situation so löst, wie es am besten ist. Ja, wie du das Maximale rausholen kannst. Das maximal beste Ergebnis. Und das ist eben unter Umständen nicht, wenn alle alles nur noch für den VIP tun. Ja, das kann dann auch, das kann manchmal auch echt besser gelöst werden. Genauso wenig sage ich jetzt, dass jetzt, okay, wenn die Locals verletzt sind, wir begeben uns nicht in Gefahr, dann lassen wir die halt sterben und holen uns neue. Ja, so läuft es auch nicht. Die sind auch ein Teil vom Team. Und, ähm, normalerweise macht man das dann alles einfach auch so, wie man es gelernt hat. Ja, ähm, Verletzungen werden nach, nach schwere Kategorie behandelt. Nicht nach, okay, das ist jetzt nur ein Local und, ähm, der Local hat einen, hat einen Brustdurchschuss, ja, und kann nicht mehr richtig atmen und, ähm, ist vielleicht auch noch irgendwo in einer kritischen Situation im Fahrzeug irgendwie, was weiß ich, vielleicht eingeklemmt oder unter Beschuss oder sonst irgendwas und der VIP hat sich den Fuß verstaucht und weint ganz ordentlich, ja, weil so weh hat ihm noch nie irgendwas getan. Dann werden jetzt nicht alle diesen VIP ins Fahrzeug tragen und ihm Bubu machen und ihm Medikamente geben, damit die Schmerzen weggehen und ihm sagen, dass schon alles gut wird, ja, dann wird man ihm sagen, Schnauze halten, hier hinters Auto, abducken oder was auch immer, dass er in Sicherheit ist und dann wird der andere Typ rausgeholt, ja, und zwar egal welche Rasse, Nation, Glaubensrichtung oder sonst irgendein Bullshit, ja, also man darf das jetzt wirklich, man kann das jetzt wieder alles falsch verstehen, ja, ich hoffe mal, ich habe es einigermaßen richtig erklärt. Also die Jungs, die den Job machen, die wissen, wovon ich rede. Und, ähm, es ist einfach so, dass du, dass, ich habe so ein bisschen eine allergische Reaktion drauf, ja, aufgrund meines SBS Vorgesetzten, ja, der diesen Spruch gebracht hat, ja, dann stellt sich halt einer vor den Klienten, falls da ein Scharfschütze ist, als ob das die beste Lösung gewesen wäre. Ja, wir opfern halt mal einen aus unserem Team und dann sehen wir schon, ob da ein Scharfschütze ist, ja, aber der Klient bleibt safe. Da sage ich ja, wenn da potenziell ein Scharfschütze ist, dann, dann kläre ich doch erst mal das Dach von dem Gebäude, wo potenziell ein Scharfschütze sein könnte oder ich parke woanders oder, 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 mir fällt doch irgendwas ein, ich werfe Rauch halt, wenn ich rausgehe, ja, da muss man dann, da muss man halt mal ein bisschen improvisieren. Da stelle ich doch keinen vom Team vor den Typen hin und sage, ja, falls ein Scharfschütze kommt, dann erwischt es ja nur den, der, der kriegt ja viel Geld, der muss ja hier bereit sein, für, für Gott und Vaterland sein Leben zu lassen. Ja, würde er wahrscheinlich auch, aber nicht für so einen Schwachsinn. So. Wollte ich mal gesagt haben, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ja, dass man halt manchmal in dem Job seinen Kopf anstrengen muss, weil sonst geht man selber drauf oder seine Jungs gehen drauf. und ich halte von beidem nichts, ja, aber manche Leute verkaufen es den Klienten tatsächlich so, ja, am ehesten Leute, die in Deutschland Personenschutz machen und auf die noch nie geschossen worden ist und die denken, sie sind irgendwelche, schützen irgendwelche großen Stars, ja, obwohl die auch keiner je erschießen wird wahrscheinlich und kommen dann mit so Sprüchen, ja, unsere Leute sind bereit, hier die Kugel einzufangen und sich da vorzuwerfen und so ein Quatsch, echt, ja, dann macht mal, ja. Gut. Auf zum, auf zu unserer Abschlussübung, ähm, weil die hau ich jetzt noch durch, da mach ich jetzt keine Pause, ähm, also hier erstmal, wir fangen einfach mal an, komm, wir fahren auf unsere Abschlussübung, nein, da fahren wir natürlich nicht auf die Abschlussübung oder doch, ja, also, ähm, ich wollte gerade sagen, weil ich hab hier schön entspannt kurzärmlich, ne, und er auch, und, ähm, dann wird's zumindest keine so richtige Dings-Kurzübung, nein, ähm, die Kurzübung, Abschlussübung wurde nachher natürlich unter vollem, mit vollem Gedöns da durchgeführt, ja, da hab ich allerdings auch keine Bilder, weil ich da, ähm, geübt, also, ne, da hatte ich keine Zeit für und sonst hat da auch keiner Bilder gemacht, weil, äh, wir eben auch diese Verletzten in den Fahrzeugen behandelt haben teilweise und da auch gar kein Platz war, ja, außerdem geht's halt da nicht darum, dass da irgendwas gemacht wird und Leute schön Fotos machen können, ja, ist ja keine Foto-Op, sondern die Leute sollen ja was lernen und deswegen ist halt manchmal von den coolsten Sachen, die wir gemacht haben, gibt's halt keine Fotos, ja, weil da keiner Zeit hatte Fotos zu machen, ist auch gut so. Ähm, deswegen, das sind jetzt keine Fotos von der tatsächlichen Abschlussübung, aber von nochmal Vorübungen, die wir dort gemacht haben, eben jetzt auf dem Gelände, ja, und zwar, dass wir eben da auch, ähm, wir waren jetzt da irgendwo, auch da nicht in unserem Camp, aber Großraum Camp Slayer, ja, Camp Victory irgendwo, und da gibt's eben auch noch alle möglichen Gebäude von Saddam damals und haben die benutzt, ja, seht ihr hier schon, wir haben hier ein schönes Gebäude, das war nachher das Gebäude, wo der, wo der Klient hin wollte und, ähm, ja, haben wir, wir haben das auch dann mit einem vollen Team praktisch gemacht, also mit 15 Mann, ja, das ist also nochmal irgendwie so die Anfangsbesprechung und dann sieht man hier, wie die Fahrzeuge dann praktisch geparkt worden sind, äh, das sind die zwei Limousinen, das ist der Gun Truck dann, beziehungsweise in dem Fall jetzt haben wir sogar nur Limousinen genommen und keine Gun Trucks, fragt mich nicht warum, möglicherweise waren die Gun Trucks zu der Zeit in der Werkstatt oder die Limousinen waren komfortabler, ähm, und haben mehr Platz gehabt natürlich, weil die größer sind und weil die Air Condition haben, weil da nämlich die Fenster hochgemacht werden können, ja, bei den Gun Trucks sind die Fenster unten, ähm, normalerweise und die haben auch, ja, die kannst du auch hochmachen, glaube ich, weil die nicht gepanzert sind. Aber, ähm, da funktionieren die Air Conditions auch nicht so geil. Deswegen kann es durchaus sein, dass die Jungs hier gesagt haben, komm, wir fahren mit vier Limousinen, dann ist es bequemer. Dann machen wir halt wieder unseren, ähm, Einstiegsdrill und so weiter und, ähm, hier nochmal, wie und wo dann die verschiedenen Leute stehen an den verschiedenen Fahrzeugen. Ist halt alles immer ein bisschen, ein bisschen kompliziert, wenn man nicht alle Fahrzeuge sieht, ne, weil fototechnisch, ähm, das ja kein Leerfilm ist oder so. Aber man sieht zum Beispiel, dass das hintere Fahrzeug hier so leicht ausgeschert ist, ja, hinteren Scheiben sind unten, zum Rausschießen, Gun Truck, wie gesagt, also wäre ein Gun Truck dann, ja, ähm, das der halt hier direkt mit Vollgas am Fahrzeug vorbeifahren kann, wenn er müsste und dass er auch so ein bisschen mehr von der Straße blockiert, aber halt nur ein bisschen, sodass noch Platz ist, dass einer vorbeifahren kann zum Beispiel. Hier mal ein Foto von einem, von oben, ja, also ich mach hier wieder schön die Tür auf und so. Und dann hier wieder unser Ausbildungsleiter, ja, der unser VIP ist und wir laufen halt schön hier rechts außen, welche einer vorne, ich praktisch rechts hinten, das gehört ist ganz hinten, hat praktisch den Rücken abgedeckt und so weiter. So, dann ins Haus rein, alles entspannt, ja, keine Ahnung, wo er jetzt guckt, aber da sieht man zum Beispiel hier diese schönen Brücken, Brücken ab, Sperrungen, Geländer, Brückengeländer, jetzt. Ah, da dachte ich eigentlich, dass ich die gedreht hatte. Neck. So, jetzt habt ihr Sinn. So Moscheen und so Zeugs stand da halt auch rum, ja, und da sind wir jetzt aber nicht reingegangen und haben da auch nicht, ähm, was nicht auf dem Gelände geübt und so, sondern man hat das halt respektiert, ja, und hat diese Moscheen da auch in Ruhe gelassen, weil die halt auch echt geil aussahen, muss man schon sagen. Also das, wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, so, ja, ist natürlich schon cool, wenn man sowas hier praktisch hinten im Garten stehen hat, ne. Ja, dann hier einmal von vorne, wo die ganzen Leute stehen, hier vor jeder Tür steht einer, links, rechts, also beim, beim VIP-Fahrzeug, ja. Ähm, hier nochmal ein, ja, ein, ein schöner Blick, ich sehe schon, ich habe das Ding wieder groß gemacht, ein schöner Blick auf dieses Schild hinten drauf, mit diesem Danger Stay Back 100 Meter, zwei Stopp-Schilder und so weiter, ja, also man kann es eigentlich nicht übersehen. Ähm, Suburban, ja, die Suburbans waren die VIP-Fahrzeuge, also die Limousinen und, ähm, ja, bisschen komisch, dass hier vorne natürlich kein Kleber drauf ist, ne, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, immer, wie, äh, wann diese Fahrzeuge gekauft worden sind und, ähm, ob man da noch gesagt hat, hey, wir brauchen noch diese Aufkleber oder wir brauchen die nicht mehr oder nicht nur ein Fahrzeug im Konvoi, das letzte meinetwegen braucht's und das Fahrzeug ist immer das letzte, wobei, wie gesagt, ein Suburban ist eigentlich nie das letzte Fahrzeug gewesen, waren immer Tahos. Erstes und letztes Gun Truck war Tahoe, Limousinen waren Excursions. Eigentlich Excursions, wieso ist das ein Suburban? Oh. Jetzt bin ich aber verwirrt. Also. Dann hatten wir offensichtlich drei verschiedene Fahrzeugtypen, ja, weil ich bin mir sicher, nein, ich bin mir nicht sicher, ist schon so lang her. Ich dachte immer, ich hätte einen, wir wären in einem Excursion gefahren. Das kann aber auch ein Suburban gewesen sein. Also ich weiß auf jeden Fall, der kleinere ist der Tahoe und das war der Gun Truck. Okay, falls sich hier einer zuschaut, der auch irgendwie High Profile da unten gefahren ist, sind, sind welche, sind Excursions nicht die gewesen, die ganz großen, die, die, in die High Profile Teams gefahren haben? Oder was ist da jetzt der Unterschied zum Suburban? Keine Ahnung. Ich bin kein Autokenner, ja. Ich setze mich nur rein und dann fährt das Ding. Komisch. Jo, das ist das letzte Bild. Das ist dann so die Nachbesprechung nochmal. Von diesem ganzen, Quatsch, diesen Live-Trills am, jetzt tatsächlich am Gebäude. Diese Abschlussübung, die wir gemacht haben. Also das war, wie gesagt, die haben, die Medik, die letzten drei Medik-Module, haben die in die Abschlussübung, oder das war im Prinzip die Abschlussübung. Und zwar ist es so, dass bei den Medik-Modulen hast du eine komplette, oder der Teamleader, im Prinzip, andersrum, das Ding ist wie eine komplette Mission angelegt gewesen. Du hast also, der Teamleader hat gewusst, wo der Contact nachher kommt, ja. Weil ihm wurde gesagt, hier, ihr seid auf dem Weg von hier nach da. Das und das ist euer Auftrag. Das und das ist euer Klient. Und an der Stelle hier ist nachher der Contact. Die haben ihm aber nicht gesagt, was es ist. Sondern die haben ihm deswegen die Stelle vom Contact gesagt, dass er sich nachher, er hat seinen Job als Teamleader gemacht. Das heißt, er muss eine Evakuationsroute nachher mit den restlichen Fahrzeugen finden, zum Cash praktisch, also zum Krankenhaus in der Green Zone oder wo auch immer das Ziel war, wo sie ihm dann gesagt haben, da soll er hin. Und er hat dann auch, also es war komplett Funkverkehr eingerichtet, ja. Du hast also mit auf zwei Kanälen gefunkt. Ein Kanal zwischen dem Team, ein Kanal zum Headquarter, ja, zur Shark Base. Und all das ist während der Übung gelaufen. Also da lief der komplette echte Funkverkehr. Es waren die kompletten Teams besetzt. Alle hatten ihr komplettes Gerödel an. Deswegen schade, dass wir jetzt keine Fotos davon haben. Ich dachte, ich hätte mal Fotos gehabt, ein paar. Aber ich finde sie nicht. Wenn ich sie nochmal finde, dann reiche ich die nach. Aber macht euch nicht zu viel Hoffnung. Komplettes Gerödel an. Jeder hat seinen persönlichen Med-Kit gehabt. Wir hatten jetzt dann nicht die echten Med-Kits, die Einsatz-Med-Kits, weil dann wären die total auseinandergerupft worden, ja, sondern wir hatten eben Übungs-Med-Kits große, weil der Medic hat ja immer einen großen Rucksack dabei gehabt, wo halt für so Multi-Casualties Zeugs drin war, ja, Bandages und Tourniquets und alles, was man halt so braucht. Und mit denen konnten wir dann alles arbeiten, ja. Und es waren halt, es wurden halt die Verletzten, die vorher angesagt worden sind, wurden praktisch gebrieft. Dir wurde genau gesagt, was du für ein Verletzungsmuster hast und was du wann wie spielen sollst. Und dann war Aaron mal dann zum Beispiel da und der zweite, ähm, zweite Aaron war auch da. Ich weiß nicht, ob Doc, Doc Hassen hieß er. Genau. Hassen. Ähm, mit H-U. Nicht, wie, nicht Hassen. Also, Hussen. Ähm, super Typ. Ähm, ja genau. Genau, also im Prinzip war das volle Programm mit, mit Verletzungsmustern, mit allem, multiplen, ähm, Verletzten, äh, in einem Fahrzeug, weil eins angesprengt worden ist, ja, mit taktischer Situation, auf die erstmal reagiert werden musste. Wir haben, äh, Rauch gehabt. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir irgendwelche Knallkörper hatten zur Simulation von dem, von der Explosion. Ich glaube fast, wir hatten, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir hatten, also Rauch hatten wir auf jeden Fall. Und, ähm, ja, da haben wir diese drei Szenarios nacheinander durchgespielt. Also, VIP Car, VIP, äh, Limousine Down, Gun Truck Down und, ähm, na sag, Soft Car Down, also Scout Vehicle Down. Und, ähm, ja, das war dementsprechend dann die Abschlussübung, weil es war alles drin, es war, ähm, hier am Anfang laufen mit dem, mit dem Dings, also im Prinzip, du warst auf deiner Ding, du warst irgendwie dann auf dem Rückweg, hast praktisch die Hinfahrt gemacht, halt jetzt keine große Fahrt draußen, ja, in der, in der Red Zone, sondern halt innerhalb vom, vom, vom Camp. Bist dann da eingefahren, hast geguckt, hast deinen ganzen Aussteigedrills, alles mit Funk, alles richtig echt gemacht. Und, ähm, ja, im Prinzip halt unter Stress, ja, unter Beobachtung, du bist ja beurteilt worden nachher. Und, äh, ja, war eine geile Sache. Richtig gut. Äh, ja. Und das war dann, glaube ich, auch das Ende von diesem, diesem Lehrgang im Prinzip. Ja. Ja, beim Schießen, das sage ich jetzt auch noch kurz, obwohl wir schon über 45 Minuten drüber sind, beim Schießen ist tatsächlich jemand rausgeflogen, ja, und zwar, ich weiß, es war ein oder zwei Leute, aber ich glaube, ich bin mir, bei einem bin ich mir ganz sicher. Ja, ähm, ich glaube, zwei haben die erste Runde nicht bestanden. Und dann haben die, also so Remedial Training gemacht, das heißt, die haben dann den genommen und haben das mit ihm trainiert, was er nicht geschafft hatte. Und ich glaube, das Problem war bei beiden das Pistolenschießen. Das Pistolenschießen war jetzt kein, war jetzt nicht dramatisch, ne, also du hast mit zwei Händen geschossen, mit einer Hand rechts, mit einer Hand links. Und auch nicht auf große Entfernung, ne, also es waren maximal sieben Meter. Ähm, die Einhändigen könnten sogar noch näher dran gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Äh, es war auch nicht unter super Zeitdruck. Ha, also, als ich mal einen Schweizer Waffenschein gemacht habe, da musst du tatsächlich mit, mit Anzugsjacke und ziehen unter dem Anzug und schießen und da musst du unter einem bestimmten Zeitlimit sein und darfst nur ganz, ganz wenig Fehlschüsse haben. Das habe ich gerade so geschafft, ja, das ist, das ist nicht ohne. Also, dazu war, das war die Deinkor-Geschichte lachhaft. Also, es war wirklich, du hast genug Zeit gehabt, ähm, und die Entfernung war auch nicht schlimm, ja. Und du musstest halt dieses Entsichern, Double Action, Single Action, so, mit diesen zwei verschiedenen Druckpunkten, du musstest dich halt nicht rausbringen lassen und musstest halt wissen, wie du vernünftig gerade abziehst, ja. Und wir hatten halt zwei dabei, die haben es nicht geschafft und, ähm, dann haben die Training mit denen nochmal gemacht, haben sie nochmal schießen lassen, das Gleiche, nur noch, nur das, was sie verkackt hatten. Und dann hat es der eine geschafft und der andere hat es wieder nicht geschafft und dann haben sie mit dem nochmal trainiert. Und das waren nicht nur irgendwie fünf Minuten, ne, sondern die haben dann beim zweiten Mal, glaube ich, also, gefühlt eine halbe Stunde mit dem trainiert, ja, oder eine Viertelstunde oder so. Und haben ihn dann nochmal schießen lassen, haben ihm auch Pausen gegeben dazwischen. Also, alles super fair, weil die wollten ja, der war ein guter Typ, ne, ehemaliger, also, ehemaliger Brit, britischer ehemaliger Soldat, der auch lange Dienstzeit hatte, der war auch älter ein bisschen, also, so, um die, zwischen 30 und 40 wird er gewesen sein, oder Anfang 40. Ja, Anfang 40, der war älter als ich, ich war ja schon 35. Und, ähm, hat es dreimal nicht geschafft, ne, und dann war er raus. Dann ging er heim. Weil es gibt da keine Ausnahmen, ne. Also, auch der, obwohl der sonst wirklich gut war und alles konnte, und, glaub, auch schon bei anderen Firmen gearbeitet hatte, ähm, hat halt diese Prüfung nicht geschafft, ne. Also, da ist nicht alles, äh, so, dass, nur weil du unten bist, dir jetzt nichts mehr passieren kann, ne, oder weil du mal was warst und mal was konntest, ne. Ja. Soweit die ganze Dein-Core, ähm, Einstellungs- und, ähm, Trainingsgeschichte. Und beim nächsten Mal fahren wir dann endlich raus, ja. Und da hab ich dann auch meinen grünen Overall an, ja. Heute ja nur, hier, äh, hier, hier, ja, PSD, PSD Iraq, Shark Team, Medic. Äh, musste ich mir leider kaufen damals. Also hab ich, ja, Merchandise. So, heute kann ich ihn endlich mal vernünftig anziehen. Hat sich noch wieder gelohnt, dass ich das damals gemacht hab. Gut. Das war's für heute, für die Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euch auf. Wenn ihr jemanden kennt, der mich noch nicht kennt und der sowas gerne anschaut, sagt ihm Bescheid. Sonst sehen nur wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.